... aus Österreich, der hat das Ganze auch kommentiert. Kann ich Ihnen empfehlen, nennen Sie sich vielleicht so eine... Gut, vielen Dank. Noch mal einen Applaus an Euch. Und ist es wirklich die Hinterachse? Ja. Die Wechsel. Okay. Liebe Zuschauer, der Fahrer von Green Spirit, wir sehen ihn heute nicht mehr einmal. Auch von der Seite. Kommt, ein bisschen Applaus für ihn. Und muntert sie auf. Ich bin kompetitiv. Können nunme. Ich kriege die grüne Flach. Harald, hey, ja. Ja. Oh. Hey, 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 hey. Ich glaube, du kündigst den besser nicht mehr an, ja? Ha, ha, ha. Man muss erst einmal Ladedruck aufbauen. Und das geht nur über die Kupplung. Und dann wird die Kupplung sehr heiß. Nein. Noch einmal. Nein. Klingt nicht so gut, nein, Backfires, also Fehlzündungen, der keine Probleme hat. Mein lieber Mann, ein Allison und was für einer, richtig Druck, mit richtig Druck geht er über die Bahn. Eieieieiei, was macht er? Was macht er mit dem Grifon? Frank Bartholome, sicherlich ein bisschen enttäuscht, aus Rheinland ist das Team, gar nicht so weit weg von hier. Ja, in jedem Fall, da kann man ruhig mal applaudieren. So, und da kommt er, muss mit der Lenkbremse arbeiten. Eieieieiei. Ah, schade, schade. Hätten wir gern gesehen. Ach, schade. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017